Schlupfwespen gegen Kleidermotten. Was hier vor mir liegt, sind Schlupfwespen. Und zwar sind die noch in den kleinen Kärtchen, weil sie noch nicht geschlüpft sind. Wenn du hier aber genauer hinschaust, kannst du kleine Eierchen sehen und das sind die Eier dieser Schlupfwespen. Die Bekämpfung von Motten mit Schlupfwespen ist ganz einfach. Du kannst sie einfach hier an so einem Kleiderbügel, wie ich gerade, in den Kleiderschrank hängen oder du kannst sie auch einfach in den Kleiderschrank legen. Die Schlupfwespen sind komplett biologisch und giftfrei und zwar parasitieren sie einfach die Motteneier, womit diese eigentlich vernichtet werden. In einem Kärtchen sind übrigens 3000 Eier und sind eigentlich ausreichend für ein Regal oder eine Schublade. Ihr müsst also auch nicht lüften oder sowas, sondern die Kleidermotten sind danach einfach futsch.